Und das, obwohl ich so einen extrem hohen Schwerpunkt habe. Aber auch da wieder, dass wir alles nicht übertreiben. Das geht nur einmal tief und dann ist das Geholen groß und das wollen wir halt nicht. Aber eigentlich, sehr direkt... Morgen, Leute, wir haben uns heute hier in einer neuen Videos am Start, würde ich mal sagen. Und diesmal ein sehr kleines Video, denn es wird ein Zusammenschnitt sein. Auf verschiedenen Videos, die wir am Wochenende alle zusammengesammelt haben. Insgesamt 60 GB Filmmaterial sind zusammengekommen. Und es sind so geile Videos geworden. Und deswegen, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf das, was kommen wird. Ich dachte, ich mache euch mal ein bisschen warm und zeige euch mal so, was ihr schon mal erwarten könnt. Und ich will wirklich sagen, ich will nicht lang schnacken, sondern viel Spaß. Da ist es echt. Alter, bei dem Ding hast du das Gefühl, das zieht dich wirklich hoch. Scheiße, Mann. Heftig. So, aber... Ich glaube, zum Lenken habe ich genug gesagt. Boah! Jörg, mit dem Link fährst du fast auf einem Rad so toll ballert das. So. Ich würde sagen, wir stellen uns hier hin. Und auch wieder. Drei, zwei, eins, los. Oh mein Gott! Boah, hat das dich hoch, Alter! 90, 100! Das ist geil, Alter! Das Ding zieht dich aber richtig weg! Ist das krank, Alter! Fuck, Mann! Richtig gut! Und die Bremse! Wow! Ganz vorsichtig, Alter! Scheißegal! Wow! Habt ihr gerade sicher nicht gemerkt, wie mein Arsch schon angefangen hat zu rutschen? Also muss man sehr aufpassen mit der Bremse. Riechst du das riechen nach Fisch, ne? Ein bisschen, ja. Ich glaube aber nicht, dass das von Werk aus so ist. Ja, das ist auch so. Ja. Meinst du, Fähre ist eins gegen eins? Was? Eins gegen eins? Drei, zwei, eins, los! Er lässt dir vorsprungen! Junge, es regnet aber richtig hart, Alter! Und so seiten sich nach Fisch und die Kauf, wenn ich da gerne war? Eins gegen die Luft mögliche und alle den Inmeldeheinst Cons � vielleicht sind glaube ich nicht... War es vor Daily! Also nur Tut Kleine ist eine Zeit langherum! Das war's. Häh! so das war mit dem video zu 300 wenn es euch gefallen habt könnt ihr gern einen daumen hoch das nächste fahrzeug kommt ja auch bald und ja wie gesagt zu 300 gibt es nicht so viel aber was soll man machen dafür wird es für den anderen fahrzeugen mehr geben und dann würde ich sagen bis zum nächsten video und bis für denne es ist einfach mega geil ganz ehrlich ich habe es verpasst die einfahrt auch nicht schlimm ich habe es verpasst die einfahrt